Hey, das bin ja ich. Willkommen zu Let's Play Final Fantasy 13 Folge 19 und jo, mit Hopi-Dopi und Lightning unterwegs und ein komisches grünes Hündchen greift auf. Es ist ein Lynxiron, ein Lynxiron. Klingt lecker. Würde ich gerne mal auf den Grill schmeißen. Sieht aber leicht mechanisch aus, so wie alles was hier rumläuft. Jetzt gib mir die Kiste. Deswegen bin ich hier. Hallo, Kiste. Los jetzt. Mach auf. Analysator, yeah. Und zurück. Gucken wir uns doch erstmal die Paradigmen an. Ich finde natürlich Brecher, Verheerer, Brecher, Augmentor. Brecher und Heiler, Verheerer, Verheerer. Ja, finde ich an sich ganz gut. Würde ich aber nochmal ganz gerne mit Verheerer und Heiler zusammensetzen. Genau. Ja, doch. Ja, 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 ja. Das finde ich gut. Schönen guten Tag, ihr Hunde, Viechers, ihr... Oh Mann. Sind die Kämpfe spannend. So, bam. Aber wenn ich schon einen Heiler habe, dann ist es natürlich auch echt vorteilhaft, den Heiler zu nutzen. Ja. Und mit einem Verheerer einfach, weil man dann immer noch nebenbei den Schockbonus... Oh. Angriffsschaden erhöht. Krass. Ähm. Ja, den Serienbonus noch erhöhen kann, während er heilt. Das finde ich persönlich auch ziemlich gut. Gut roffeln, Martor und so. Hopp. 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 Oh. Fies. Das machen wir mal anders hier. Schönen Protest hier drauf. Hat er fein gemacht. Dann nochmal Brecher und Heiler. Genau deswegen. So. Der kommt schon mal nicht. So. Und Brecher, Verheerer. Das ist das Schöne, dass das erste zumindest gleich Brot ist, was die Augmentoren können. Ah ja, stimmt. Da finden wir noch einen jeder. Er hat auch noch in seiner, in seiner Rolle auch noch ein anderes Feature. Ich weiß noch nicht mehr genau was, also es gibt, es gibt so, oder wie war denn das nochmal? Genau, ich glaube Lightning hat bei, äh, bei, 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 Heiler Engel, sobald es der Heiler sein kann, wohlgemerkt. Ah, ich weiß es nicht mehr, das ist echt schon lange, lange her. Juhu. Ähm, erstmal gehen wir auf den Lyxhoron oder Lyxhiron, so. Bäm. Gut, haben wir zum Beispiel schon mal einen Schock. Wow. Schnell heilen. Komm, hol die Heilung. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Hope. Ah, das hätte gerade so ins Auge gehen können. Und nochmal die Paradiken gewechselt. Ein bisschen geschlafen hier. Aber egal. Ist ja nochmal gut gegangen. Ist sogar sehr gut gegangen. Hopp, weiter. Und da sind, da ist schon wieder der nächste Gegner. Äh, was bist du denn? Ach, ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Das ist ein Roboter. Der hält eine ganze, ganze Menge aus. Bis man in den Schockzustand bekommen hat. Danach bewegt er sich nämlich kein Stück mehr. Und ist dann auch so gut wie tot. Und eigentlich muss man den sogar mit Blitz angreifen. Kann ich immer machen. Analyse. So, dann sieht man es hier auch nochmal. Schwäche, blitzt. So, weiß zumindest, Hope, womit er das nächste Mal angreift. Wenn er überhaupt schon Blitz freigeschaltet hat. Weiß ich gerade gar nicht. Da kann ich ja nochmal das Crystarium erweitern. Oh lalalala. Mh. Brecher. Verheerer. Ja, komm. Verheerer hat sie ja gleich fertig. Äh, Brecher meine ich. Dann können wir doch mal hier bei Hopi-Dopi gucken. Verheerer. Da fehlt nur noch ein einziger Punkt. Klang. Sehr schön. Damit hat er Verheerer abgeschlossen. Äh, Augmentor hat er noch eine ganze Menge offen. Und Heiler hat er noch eine ganze Menge offen. Du, 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 du. Ja, doch. Dann. Ne. Nehmen wir Heiler. Als allererstes. Einfach, weil der Heiler doch wesentlich häufiger genutzt wird als der Augmentor. Deswegen leider Nutzenvorspielerei. Da war irgendwas. Hm. Ich glaube, wir müssen zurückgehen. Hm. Ich sehe keinen Weg über das. Na gut. Dann halt eben nicht. Dann gehen wir halt eben doch wieder hier lang. Ich bin hier auf der anderen Seite. Missions? Nichts mit der Purge. Die Purge ist SICOM's Baby. Unsere Militär ist split in zwei Arme. Der Publikum Security und Intelligence Command, known als SICOM, und der Guardian Corps. Ich war Guardian Corps, Bodum Security Regiment. Warte, aber ich verstehe. Wenn du nicht SICOM bist, dann warum hast du den Trennen? Für Sarah. Join the end of the line. Attention purge deportees. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Move it! 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 Just so numb this too If you were just asleep here. This opt's under SICOM direction. So direct me... let me on. I wanna be purged. If only Sivs get purged, Sanctum's staff and soldiers are exempted. Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her. Was to join the Purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life. You just do. Easy for someone like you to say. Lightning. Lightning. Sie hat mich verlassen. 1, 2, 3, ah, we go! Was hast du mit? Hey! Warte! Ich kann nicht mit dieser Mädchen arbeiten. So, Rolle des Augmentors, super. Ist ja schön, dass er einen Augmentor jetzt auch nutzen kann. Äh, Gegner ausspielen. Bisher bekämpfen sich Gegner auch untereinander. Stehen zwei Gegnerparteien in Konflikt. Sind die meisten abgelegen? Merken die einen? Achso. Aha. Sehr schön. Aber, ich werde jetzt erstmal das Crystarium von den beiden auch erweitern. Und, Er hat Verheerer. Er hat... Äh, sie hat... Scheiße. Entschuldigung. Ich hatte eigentlich erwartet, dass einer von denen Brecher ist. Na gut, okay. Dann wird das natürlich ein hartes Ding. Zack. Zack. Dann werde ich erstmal den... Brecher erhöhen. Äh, Verheerer meine ich. Und bei Vanille... Die hat ja erst den Manipulator bekommen. Die bekommt jetzt erstmal den Heiler gelevelt. Weil ich doch denke, dass wir den häufiger mal einsetzen müssen. So, dafür ziehe ich aber damit auch bald durch. Das ist gut. Gut, gut, gut. Achso, die Paradigmen könnte ich mir nochmal angucken hier. Da, 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 da. Augmentor, Manipulator. Verheerer, 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 Heiler. Na komm, das geht doch auch noch ein bisschen eindrucksvoller. Zum Beispiel Augmentor. Heiler. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Die Kombination. Aber das wird erstmal getauscht. Ja, ich bin erschöpft. Ich gehe jetzt schlafen. Nein, natürlich nicht. Ich werde weiter aufnehmen. Zumindest für euch. Aber das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Äh, so. Ich denke mal, ich speichere diesmal hier ab. Und bling. Bis zur nächsten Folge. Für Let's Play Final Fantasy 13. Bis denn.